Grüß Gott! Grüß Gott! Seid ihr bereit für den Krieg? An der Front! Wir sollten das ganze LP nur so durchreden. Ich glaub, dann werden wir gesperrt, aber sicher. Ein Soldat! Ich drücke auf Play! Drücke auf Spälen heißt das. Man muss es mit Humor nehmen, Leute. Ja, das ist alles nicht ernst gemeint. Zumindest nicht von mir. Von mir auch nicht. Ja, ja. Kommt raus! Hab ich gesehen! Zwei durchschlagende Argumente. Duke Nukem. Das Haustür. Ich will, genau. Ich muss ihn noch mal ein bisschen zurechtfinden. Tennis! Ich weiß nicht. Ich kann gar nichts dafür. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Einer ist noch da, ne? Ja. Dieser eine... Da hinten ist er. Da kommt er! Da kommt er! Komm her! Ich lieb dich doch! Du hast mich angeschossen! Du schießt mit Liebe! Kannst du nur! Wie die Sisters aus Heroes 6! Oh ja! Heroes 6! Das ist übrigens ein Grund, warum wir so lange nicht mehr... Let's Play gemacht haben, Leute! Einmal wegen Heroes und einmal weil... Rage spielen! Du Rage spielst, weil du darum ja auch arbeiten musst! Das ist so ein bisschen... Ja! Hat wieder ne Arbeit! Oh, ich glaub! Ich glaube, mich zu erinnern! Dass da hinten Schokolade ist! Das auch, ja! Ich seh jetzt gleich einer! Komm! Komm! Ich seh jetzt gleich wieder welche kommen! Die Kisten dafür sind schon günstig! Kopfschuss! Komm mal! Nachladen! Ah, nein! Das wird nicht nachladen! Lass mal nachladen! Äh, Daniel? Bei der Shisha kommt irgendwo Luft raus! Kannst du mal den Schlauch richtig da hinten reinstecken oder so? Ja, mach mal! Zieh mal! Ich glaub, der kommt von oben! Ich tu mal ganz kurz die Kohle ein bisschen riechen! Ja! Gut so? Malbar! Es kommt mir auch besser! Ja! Okay! Nix da! Ich bin euer Diener! Nein, ich bin euer Herr! Hahaha! Hahaha! Ah, das ist diese Scheisse gewesen! Nein! Döder Mist-Teddy! So, das war diese schwere Stelle hier. Die ich jetzt mit Bravour gemeistert hab. Jawoll, mein Pionett. Sag mal, ich geh'n ab. Das war mir nicht mehr in Erinnerung. Oh, ich hasse den Trick. Da kommen jetzt welche von oben raus. Das ist zumindest einladend. Das ist ja voll Metal Gear Solid. Naja, was heißt Metal Gear Solid? Diese Geräusche halt. Stimmt. Diese Warn-Geräusche-Dinger, ne? Ja. Und nur die Ausrufezeichen. Es gruselt mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Das ist Dead Space auf Süd für dich? So ungefähr. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen wie Dead Space, ja. Das war der Scheiß-Tankcenter. Oh nein, da sind diese Scheiß-Spinnen. Ah! Fischer. 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 Oh, die war doch mal. Fischer. Fischer. Hell, ich kann es nicht mehr wehre als das. Ach, den macht das nicht aus. Das ist eben das Problem. Was zum Henker? Ah, cool. LOL. Das ist LOL. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist jetzt auch weg. Das war ein cooler Game. Was war das jetzt hier nochmal? Schaut schmerzhaft aus. Vorsichtig, vorsichtig. Ah, ich hasse den Krieg. Wenn es ein Shooter wäre, wäre das kein Problem. Die Schokolade tut mir doch nichts. Das weißt du nicht. Wie ist es böse Schokolade? Oh, die Endgegner in dem Level hasse ich auch. Es gibt nämlich auch so Zwischenentgegner. Die sind ziemlich, ziemlich asozial. Komm runter. Ich will ihn nicht erschießen. Lauf die Fücher draufschießen hier. Geht, geht nicht. Lüpp, geht nicht. So. Auf die Kiste kommt einer und er spielt mich hier unten. Kommt dann an. Ich sehe gar nichts bei Schücher drauf. Du verpasst die ganze Action, Domi. Einladen. Es scheint keine zu kommen. So was muss ich auch immer machen, wenn ich zu dir ins Haus komme. Ja, das ist ja auch... Ja, okay. Ja, mir fällt jetzt nichts Bescheuertes ein. Wir nehmen es einfach mal so hin. Okay. Ich sehe nichts von lauter Zettys. Muss man da denn noch vernünftig durchkommen? Vernünftig. Aber... Das sah doch leicht aus. Sag ich doch. Das richtig.